Boah, Snoopy, hast du einen geilen Hammer. Warum bist du eigentlich so nervös, Snoop? Ich weiß nicht, was ich tut, so leuer! Ich will metzeln, metzeln, metzeln! Okay, gehen wir los. Also Leon schreit bei mir, was Masti wieder quatscht. Masti, du kannst Starfield nicht mit Fallout 76 vergleichen, weil Starfield wird ein Singleplayer-Game. Story-bezogene Singleplayer-Game. Genau. Ich hab's ja nicht verglichen, ich hab nur gesagt, das wird genauso verpackt sein wie das andere. Warum Fallout 4 war jetzt nicht großartig verpackt? Fallout 76 war komplett verpackt. Scheiß auf Fallout 76. Das war Bethesdas erstes, wir machen jetzt Multiplayer. Ich geh jetzt Fahrrad fahren, Leute. Tschüss. Nimm das rote. Snoopy auf dem D-Set-Server haben wir jetzt Fahrräder. Gott, das will. Wir spielen jetzt kein D-Set! Alter, wenn du die Gabel ins Gesicht raumt. Oh, schau mal, hier ist ein Preis-Boxer. Ich hab einen Zettel gefunden, da steht Preis-Boxer. Hier liegt einfach Schrott. Ey, geil! Warum hast du jetzt den Fernseher kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Warum hast du... No-No-Signal. Ich dachte, das wär... ...was anderes. Aber ich liebe... Fernseher kaputt machen. Guck mal, wer ist das? Wer ist das da unten? Law for 24 Stunden News. Ja, irgendeine Nachrichtensprecher, oder? LA News, nicht Law News. Law! This green zone is looking nice and quiet. Wer braucht Medizin? Ups, ich hab den Fernseher kaputt gemacht. Weißt du, wir können davon nichts nehmen, aber mit den Protein regeln. Das geht. Der gibt Power! Habt ihr den Kofferraum aufgemacht? Äh, nein. Der geht wahrscheinlich gar nicht auf, oder? Der geht auf. Weißt du, das ist bei dir das Problem. Man hat immer so ein bisschen ein Vertrauensproblem mit dir. Äh, bei mir geht er nicht auf. Lol, bei mir geht er nicht auf. Ja, bei mir geht er nicht auf. Ja, bei mir geht er wirklich auf. Okay. Aber wer, wer, wer ist immer so und genau deswegen. Wer schmeißt immer seine... Nein, er hat nichts geschmissen. Er hat geschossen. Ja, meine, ja. Aber wer schmeißt immer seine Fässer, seine Ölfässer auf die Straße? Ja. Welcher Penner macht das, damit Mars die drauf schließen kann? Ja. Die mögen mich. Hey, Serling Hotel. Da ist schon wieder ein Hotel. Achso, wir müssen hier einchecken. Oh, hier Kofferraum. Alter, wir müssen einchecken. Komm jetzt. Einchecken bitte. Das Serling Hotel. Das Serling Hotel. Alter, ich find's so geil, wie ich die zersetzt, Alter. Das ist echt. Nee, geil. Das ist schon cool gemacht. Alter. Alter, was hat die bitte für'n Schlagradius? Ja. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Da kommt ein Malma. Ja, den hat's gut erwischt. Aber... Hihihi. Sorry, ey. Oh, nein. Oh, nein. Das war ich aus Versehens. Ich war alles. Ja, dieses Mal war's ich. Aber ich sorg dafür, dass es gleich aus ist. Und renn nicht rum. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Warte, wer wirft die Batterie? Auf den werden nicht, Gämpel. Ah, ich. Mach's nicht wahr rum. Nein, das war ich auch. Aber der ist doch tot deswegen. Nein, ich habe hier grad ordentlich zugesetzt. Einmal mit Profis. Ja, siehste. Spin it in. Ja, jetzt war's einmal ich. Einmal. In wieviel Stunden wo wir spielen? Ein einziges Mal. Und sonst alle anderen Male du. Ich. Ja. Geh euch beide gleichzeitig. Danke. Ups, ich hab nicht gewusst, dass das jetzt angeht hier. What the hell? Ja, war's denn wieder. Du hast mich grad elektrifiziert. Das war doch nicht mit Absicht. Meine Güte. Fast tot. Was man auch einstellen könnte, Leon, wäre, wenn du's beide gleichzeitig schauen möchtest, ist ja schon ein Multistream. Aber, wie geht denn das genau? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Musst du auf diese Seite und die zwei Links eingeben. Ah! Mel hat das immer für uns gemacht damals. Oh. 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 Also, safe in dem Sinne, dass wir safe sind, oder ist da ein safe? Zum Knacken. Du hast zwei Handys, okay? Hier ist ein Zugangsfeld. Boah. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Ah, scheiße, der Zorn ist in Munsch. Scheiße. Feuerwehrmann da, ey. Wieso hast du das Feuer hier oben angemacht? Der Feuerwand ist immun. Gegen was? Gegen Feuer. Nee auch gegen Säure. Alter ich hol ihn. Hab ihn. Danke. Feuer. Wir brauchen auch noch andere Sachen. Ja klar, ich hab auch verschiedene. Auch Säure hat er nicht gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Eigentlich wollte ich in Ruhe einkaufen gehen. Und was ist wieder? Aua. So ein dicker. Aua. Alter, was ist denn da los? Weg du steckst. Warst du dir in Deckung? Ich bin nicht da. Da ist ein dicker, da ist ein dicker. Ja ja. Das geht zu sch***. Ich bin da. Ja wir kommen gleich, Moment. Oh scheiße. Fuck du hast ihn aktiviert. Ah. Oh stell auf. Danke. Was hast du da aktiviert? Da waren ähm Dings. Ähm. Militär. Kommt rein, kommt in den Juweelladen rein. Kommt mal rein. Alter. Alter. Das sind voll viele Zombies. Oh. Kommt rein. Oh. Wo ist der? Da hinten. Aua. Hä? Ich komme. Geh aus dem Weg. Ich muss reinrutschen. Oh. Schon alles geräubert. Verdammt. Gibt's ja wirklich gar nichts mehr. Oh. Hier ist ein Safe. 1.000. Noch ein Safe. Uh. Egal. Kann man kämpfen. Ja. Wo ich da draußen war, hat es niemanden interessiert. Du bist immer, wenn, wenn... Ach gar nicht. Ja, ich bin früher. Alter, es ist zum Heulen, Alter. Echt. Als ob ich nichts aushalten würde. Machst du ja auch nicht. Ey. Ich bin schon wieder zufrieden. Ein bisschen Hilfe. Bitte. Alter, ich schlag auf die ein und die machen zwei Schläge tot. Ja, du musst dich schon ein bisschen bewegen. Ja, ich beweg mich doch. Nee, mach's nicht. Och, ne. Hussi, Alter. Ja, gegen den bringt gar nichts. Erstmal seine Scheiße wegschlagen. Aber wenn wir sie halt gemeinsam kämpfen, das ist halt das. Ja, dann mach's. Mach ich doch. Halbes Schädeldecke weggeschnitten. Alter, wie viel Waffen hier liegen. Ich kann nichts mehr nehmen. Direkt wieder liegen Waffen? Ja. Wasabi-Schwert. Hinter dir, hinter dir, Snoop. Was? Was? So, jetzt. Verdammt nochmal. Ist hier irgendwo ein, ein, ein Safe-Room? Ja, komm. Es kommen ständig welche. Aua. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich will dieses Zombieschwert hier haben. Ja, dann nimmst du. Das ist ein Zombieschwert. Oh. Das war 196. Legirium. Legirium. Ach, andererseits. Scheiß drauf. Aber das ist ein Hotel? Das ist doch keine Hotel. Das ist doch eine Mall, oder? Ja, du kannst ja auch im Hotel einen Einkaufsbereich haben. Ja. Also in die Hotels, wo ich bis jetzt immer war, immer ein Einkaufsbereich. Hast du die Koffer hier gelootet? Nein, weil ich ja hier grad nicht konnte. Äh, wo waren die Koffermassen? Am Rand lagen die und auf der Bank, äh, war ein Gelbwolke. An welchem Laden? Am, am, am Rand entlang. Am Rand entlang. Das ist überall Koffer. Siehst du die? Der Burger sieht aber lecker aus. Und, äh, auf den Bänken in der Mitte lag noch irgendwie, äh, ein bisschen Geld. Hier ist auch noch eine... Sorry, ich wollte mal fragen, wollte nochmal fragen, ob du Danger Severin kennst. Scavenger. Scavenger. Alles muss raus, ein Zombie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss ich mir angucken, dann kann ich's dir sagen, ob ich's kenn. Komm mal rein. Wo bist denn du? Ja, dort wo mein Icon ist, Dicker. Und dort wo die Zombies wieder hinkommen. Du bist oben? Nein, der ist doch hier. Was denn? Da. Hier liegt was. Oder hier, ich weiß es nicht mehr. Und hier an der Kassel. Alter, der ist oben. Wer denn? Wer denn? Ich bin mit dir hier. Hä? Ich bin hier unten. Der ist doch hier unten. Steht doch hier neben mir. Nein, steht er nicht. Hallo. Was, echt? Ich seh Masti hier hinter den Tresen. Guck, guck, guck. Leute, guck den Mainstream. Masti steht für mich, nicht hinterm Tresen. Hintertresen. Ja, okay. Ich hatte mal was gesagt. Ach. Nein. Oh ja, jetzt ist einmal was, Alter. Wie oft ist es bei deinem DayZ so, dass irgendwas ist? Aber nicht in Oktave höher. Ah, come on. Oktave höher? Was? Oh, Leute. Ja? Kommt mal her. Wo bist du? Ich bin noch unten. Ja, ja. Ich seh dich. Ja, und. Guck, da ist irgendwas drin, was uns erwartet. Oh. Ja, das macht so einen bösen Krach, ja. Ähm, ja, dann gehen wir mal, äh, zu Dr. Rad. Oh. Da muss ich kippen auf den Einer. Ey, 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 ey. Das ist hier soen. Ey, komm mal her, ist das bei dir auch so? Da macht er wie ein Italiener. Die Hand? Zittert die auch bei dir so rum? Die Hand, die guckt durch den Durch, durch die Leiche? Nein? Okay. Bei mir schaut die Hand durchs Bein. Du gehst einfach an deinen Dick ran. Wir müssen, glaube ich, hoch, oder? Hallo? Ja. Schneidet die Beine ab! Oh, schön. Ich will eine Runde shoppen gehen. Bin ich jetzt wieder bei dir oben? Jetzt bist du für mich immer noch oben angezeigt. Ganz oben. Alter, lol, lol, guck dir mein Stream. Guck dir mein Stream, guck wo er steht. Warte, 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 warte. Was? Achso, Mast, die steht da oben. Okay. Und wenn ich mich drehe, warte. Gar nichts. Ich drehe mich gar nicht, gell? Ich bin einfach da oben. Ja. Snoop, komm mal bitte zu mir hoch. Aber das ist ein Netzwerkfehler. Ja. Vielleicht geht er weg, wenn wir den Cutscene getrackert haben. Ja, oder hier rausgehen. Ey, da sind Bildschirme, muss ich kaputt machen. Hey, hör doch mal auf! Ich hab das verlangen, das hatte ich auch in Dying Light. Ich komm auch jetzt zu dir nach Hause und mach Bildschirme. Kaputt. Ja, bei Dying Light hab ich das auch. Das triggert mich. Das triggert. Hm, wie viel Kaffers? Der Mast, die steht auf dem Glastach. Alter, das... Ah, okay. Wie viel Koffer haben wir hier stehen lassen? Das ist auch ein Koffer. Aber ich... Ich kann schon wieder nichts mehr tragen. Alter. Verbände. Geh mal zock, geh zock, geh mal Burger. Das ist übelst geil, gell? Der lächelt dich doch voll an, dieser Burger. Wiebel, Alter. So schön saftig und fettig, Alter. Oh, geil. Oh, ja. So eklig. Oh, ja. Geil. Oh, ja. Nur weil du Diät machen musst, findest du das eklig. Nee, nee. Nicht wegen dem. Ja, ja. Ich ess sowas, aber ohne das... Hm! Aber egal. Fangen wir nicht davon an. Ähm... Hm. Oh, ich hab Zugangscode. Das ist für mich viel leckerer hier. Ich bin oben. Hier, das ist viel leckerer Snoop. Ja, ich kann das nicht... Weiß nicht was, Masti, weil ich nicht weiß, wer du bist. Du hast vergesst, dass du nicht auf dem Dach stehst, Masti. Ja, das ist ja so schön da oben. Ähm... Hier ist ne... Hier ist ne Satellitenanlage. Ne was? Satellitenanlage. Boah, die Musik, das kotzt mich so an. Alter, das ist ganz normale Einkaufsmusik. Wie ein Einkaufs... Rennst du auch im Einkaufsladen rum, wenn du einkaufst? Dann kommt so ne Musik und dann sagst du auch, Alter, die Musik, die kotzt mich an. Ja. Und dann schreist du einfach den Kassierer an. Mach die scheiß Musik aus! Ich hab Ohrhörer im Kopf, äh, im Ohr. Und was hörst du da? Dein Gesabbel, oder was? Äh, Techno, Digga. Techno, 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 Techno. Ja, aber es ist ja dann trotzdem Musik. Ja, ja, aber bessere Musik als... Das ist doch schön, das ist so Walzer-mäßig. Leute, guck wie der Mainstream, ey. Guck mal was Masti für mich macht. Masti, beweg dich mal. Warte. Bewegst du dich grad? Ja, jetzt hüpfst du. Hä, wo guckst du? Du guckst da runter. Was ist da unten? Ja, Masti steht für mich hier. Auf diesen, auf diesen Gitterboxen. Ah, okay. Und jetzt bin ich nicht mehr oben. Nein. Nicht mehr auf dem Glasdach. Warte, ich guck. Ist ja faszinierend. Ja, da hat irgendwas verspult, Masti. Ja, du bist nicht mehr auf dem Glasdach. Schau mal, ich klettere jetzt hier hoch. Bin ich jetzt woanders hochgeklettert? Ja, du stehst jetzt auf dem Glasdach. Ey, da gibt's saubere Bettwäsche. Du stehst auf dieser Gitterboxen. Jetzt springe ich zu dir. Ich bin immer noch oben, oder? Ja. Alter, ihr seid nebeneinander. Nee, ist immer nicht. Also bei mir schon. Bei mir werde ich ja richtig angezeigt. Masti steht bei mir auf der Gitterbox. Naja. Kommt. Ja, Snake schreibt, Masti kann es nicht. Nice. Snake. Ist auch am Schlag. Snakey. Safe. Wir brauchen schon wieder eine Safe-Kombination. Du hast schon eine Safe-Kombination gefunden, hast du gesagt, oder? Nee. Aber nicht für den... Sterling. Oder ja. Was... DZ? Was ist mit DZ, Snake? Geh mal, nee. Rein da. Lopfer. Steady? Ich bin Human. Und eine Enchantung-Kompanie. Oh, du bist, oder? Ja. Du bist nicht hier, um uns zu essen, dann? Da gibt es nicht genug Ketchup in der Welt. Haha. Komedien, oder? Sie sehen wie Mensch. Hm. So-so. Hm. Okay, dann. Humans können wir uns gebeten. Keine Worte auf dieser Seite. Hey, keep auf die gute Arbeit, Denise. Hey. Ich bin Dr. Reed, aber du kannst mich Reuben callen. Wir sprechen in meinem Office. Wir sprachen auf der Radio, über die Vaccine. Sch, sch, sch. Walk with me. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on the down low. If you really are what we've been looking for, then CDC's gonna wanna talk to you. Doctor. He doesn't wanna take his shot. Ah. Well, hey. Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch... a bit. Let's keep walking. Where was I, um... CDC's going to... CDC. Right, right, right. The CDC's gonna... Hey, hey, hey. I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey. Come this way, huh? Now. So glad you're here. Now they're gonna send a chapter to pick you up and take you to Colorado. Just you. So... I don't want my people here getting hope when they... when they got none. You understand? None? I wasn't expecting that. Oh, we'll be okay. Fall over nine times and you... you get up ten. That's what I always say. But you... you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado... Humanity has a chance. Okay. So... you call a chopper, or...? Well, I need to let them know you're here first, and then I... Yeah. We're out of food. We need to sweep those apartments before someone else cleans them out. No, 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 Tisha. We gotta... put that on hold. This person here is our... new priority. Hey. Jacob. They're more important than people starving? Yeah. I mean, no. I mean, kind of. I can't really talk about it right now, but... That's fine. Look. You stay here. I'ma go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc. You know we ran out of food? What's the plan? Dad! I am not a little girl anymore. I have to do my share. Yeah. Obviously, you've lost your mind. There are terrors out there that you... I just let her go, Doc. She wants to be part of a teen. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. After all that's happened, you think I'm gonna let you out of my side? Oh, come on. I'm gonna let you turn into one of them like your mother? Oh, no. Tisha, I'm sorry. But I... I can't lose you two. You're right, Dad. I shouldn't put this on you. It's not fair. Well, okay then. Come on. See you later. Yeah. Yeah, this is no place for human beings. Hey, Doc. A word of advice. You wanna stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy. I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. The fuck you looking at? Don't make me say it, chum. I need to radio CDC. But I don't wanna draw too much attention to you, so... Look. You make yourself at home. And I should have some good news, so... I'm knackered. I could sleep for a week. ... Oh, I could murder for English. Oh. 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 und hast deine erste Fähigkeiten-Karte vorgeschrieben. Autograph? Was? Autophage. Was sind Auto? Keine Ahnung. Fahrge. Autophage. Okay. Fahrge. Autophage. Ein bisschen Schaden nicht tötet, um einen Boost für deinen Angriffsgeschmiedler zu erhalten. Ah, okay. Das Ausrüsten von Autophage-Fähigkeiten erhöht allerdings auch den Rang deiner Autophage-Infektion. Das heißt, reduziert maximale Gesundheit. Ah, okay. Das ist der Nachteil. Der Nachteil, also der Vorteil ist Angriffsgeschwindigkeit, Verlängerung des Raserei-Modus, Töten im Raserei-Modus, Zombies und kleine Mengen Raserei aufzufüllen und reduziert Max-Gesundheit. Also das ist der Nachteil. Muss ich die aktivieren? Sieht so aus, gell? Nee. Ach, man kann auch Karten reinmachen. Man hat jetzt auch Karten. Oder, okay, noch eine Frage. Verstimmelt Zombies, um Raserei aufzubauen. Schaden, Zombies mit Nahkampf und Waffenwürfen, um Raserei aufzubauen. Kannst du deaktivieren, bitte? Nee, geht nicht. Kannst du das nicht deaktivieren, gell? Das scheint dumm. Ja. Was ist denn das? Raserei-Spezialangriff. Du kannst es nicht drinnen behalten. Halte deine... Im Raserei-Modus, Kuh, um Galle auszubauen. Ach, du kannst jetzt so kotzen wie die Fettis. Lol. Schau, im Raserei-Modus. Okay. Interessant. Habt ihr gehört? Was? Nee, ich hab nix gehört. Du warst gemutet. Der Lennung schreibt, jetzt spielt ihr Pokémon wegen den Karten. Vorher habt ihr den Bergbank-Simulator gespielt. Ach so, diese autofahren Karten, die kann man, die müsst ihr gar nicht nehmen. Die könnt ihr wegmachen. Ja, die Karten kann man wegmachen, aber der Ding ist nicht weg. Der Nachteil und der Vorteil ist nicht weg. Wenn du nämlich jetzt auf K gehst und dann gehst du unten auf F2, dann bist du nämlich da drinnen und dann siehst du, dass du diesen Vorteil hast und du kannst sie nicht abwählen. Und bei Autofahrgerang 2 hast du einen anderen Nachteil, nämlich reduzierte Ausdauer-Regeneration. Ich glaube aber, deine Autofahrer aktiviert sich nur, wenn du eine Autofahrerkarte nimmst. Nein. Nicht anders. Nein. Die ist die ganze Zeit aktiviert. Stand doch dran. Das Level aktiviert sich ja die ganze Zeit. Ja gut, wenn ich dann keine Karte nehme, dann nehme ich eine andere Karte und das war's. Aber das... Ah ja doch, du hast recht. Jetzt ist es nicht mehr aktiviert. Stimmt. Okay, du hast recht. Ich nehme alles zurück. Ja, du musst die Autofahrerkarte wegmachen, Masti. Dann hast du auch keinen Nachteil. Oder vielleicht... Aber du hast halt Vorteile auch mit der, gell? Ja, klar. Oder ist nicht? Natürlich steht ja dran, der ganze Vorteil. Aber Nachteil ist halt weniger Leben und ich hab schon wenig Leben. Aber wie hast du die weggemacht? Wie viel Leben hast du? Ich hab's ausgetauscht durch eine andere Karte. Wie viel Leben ich hab? Wo sieht man das denn? Nee. Wo sieht man das denn? Ah, nee, das ist EP. Achso, da oben, ne? Zwei... 22... Zwei... Äh... 2203. Geh mich mal umgucken. Hier ist was auf den Dingen. Wie steht mir zu ne Kiste? Mach's da auf? Schön, ja. Schön, ja. Wo steht mir zu, ne Kiste? You'd better have meant that as a compliment. Ja. Oh, die Hackerin. Schminkkoffer. Gibt's hier auch nen Laden? Bestimmt. Ich muss checken, ob Masti jetzt erstmal wieder normal für mich ist. Ja, wo ist denn der? Masti ist für mich am Arsch der Welt. Ja, nee. Masti ist immer noch nicht normal für mich. Hallo, hier bin ich. Vielleicht geht Masti kurz rein und raus. Masti ist für mich Ding. Oder gehst du kurz rein und raus? Mega. Ja, ich geh mal... Ihr zwei seht euch hier. Ja, ja. Ja, aber ich seh dich auch, Masti. Bei mir ist alles normal. Oh, Händler. Oh, da gibt's neue... Ding, ähm... Blaupausen. Präzisionsschläge. Ja, scheiß drauf, alles kaufen. Alles kaufen, Junge. Nagel, Pistolen, Munition, okay. Ja, wo bin ich jetzt für dich, Snoop? So, ist er... Ich geh sofort, Masti. Ich bin, äh... Gone? Oder... Kauft auch gleich wieder Sicherungen, ne? Alter, ich bin voll mit Sicherungen. Ja, du hast keine ausgegeben, stimmt. Alter, der hat nur... Warte, Masti, ich checkt, wo du bist. Oh, was ist ein Accident? Ja. Masti, schau... Kannst du mal kurz aus dem Händler raus, bitte? Ja, okay. Spring. Okay, passt. Ja, du bist jetzt wieder normal. Masti, spring! Dankeschön. Spring! Spring, Masti, spring! Uff, Alter, hier gibt's ne Haftbombe zu kaufen. Ich kauf die. Echt? Haftbombe? Achso, ja. Stimmt, ja, ich kauf die auch. Ach, dumm, ich kauf ich die. Der hat ein paar Messer. Und ne lilla, ne... Shotgun. Und ich... Roter Drache. Alter. Das hat keine Lüge für mich, die ich kratsche. Dann kauf... Haben wir ein... Haben wir auch irgendwo ne Dings hier? Bestimmt. Ah, da ist er. Bestimmt. Taktisches Schwert. Alter, der hat... Der hat nur lila ne Sachen, gell. Na, der Typ? Ja. Für dich, echt? Für mich nur eine? Alter, der hat für mich alles lila. Oh, nicht schlecht. Außer... Fünf Waffen, sonst alles andere ist lila. Leute, ich hab ne Waffe, die ist Level 19. Und ich bin ja nicht Level 19. Ich bin Level 19. Ich hab ne Waffe, die ist Level 20. Wie war das nochmal, äh... Die Level hochwerten F1, gell? Ja. Wo ist hier die Bergbank? Hier ist auf jeden Fall, ähm... Der... Äh, Safe. Falls ihr Waffen gelagert habt da drin. Ich hab keine Ahnung, wo da... Ach so, da ist der Safe. Oh, okay. Was hab ich noch bekommen? Scheiße, ihr habt doch noch was eingesammelt. Was war das? Ist das? Okay. Ah. Was auch noch? Fleisch haben wir hier. Gauf. Gut. Was ist mit der? Ist die blind? Auf einem Auge, ja. Skid ab, Jimmy. Okay, der spielt hier am Fluten. Hat schon jemand die Ding gefunden? Was denn? Die Werkbank. Ich stehe da vor, beim Schrank. Ah. Okay. Ah, da ist ja der Werkbank-Simulator. Ja, so ist das halt, gell? Ah, wieso habe ich denn zu wenig Schrott? Was soll das? Ich sammle die ganze Zeit. Du baust zu viel. Ich hab... Ach. Wenn du schnell auf folgekritische Treffer landest, erhältst du einen kleinen, kritischen Schaden-Poost. Dieser Effekt kann mehrfach gestapelt werden. und wenn ich dann noch jetzt die Angriffsgeschwindigkeit erhöhe und dann noch den Schad... dann wird's geil. Erhört den Schad. Kommt komisch rüber, wenn jemand sagt, du baust zu viel. Mir fehlt auch Schrott, komischerweise. Mir nicht. Ihr baut zu viel, sag ich doch. Ich baue immer nur so... Ich baue immer nur so... Ihr baut jede Sekunde... Ihr geht jede Sekunde an das Ding an, so... Oh, gleich bauen, Alter, gleich. Junge, ich muss alles bauen. Du kannst ja nicht mal Schrott kaufen. Oh, kommst du. Oder... Ein Stück. Du hast ein Stück Schrott? Ich nicht. Ich muss Waffen einstampfen, wo ein Schrott zu kommen. Ich könnte schon ein besseres... Oh, we can get Chummy too. What's on your mind? 393. Okay, mittlerweile... Ja, ihr verbessert die alle, ne? Ihr bringt die alle auf euer Level die ganze Zeit, oder? Nee. Auf Level bringen, äh... Kostet nur Geld. Ja, eben. Nee, kostet auch mit Materialien, oder? Nein, nur Geld. Okay, ich habe zwar Lillian einen Baseballschläger, aber ich verkaufe den. Den habe ich gerade blutig gemacht. Ah, was, ich verkaufe den. Alter, ihr habt so viele Waffen, weiß gar nicht, was ich alles für Waffen nehmen soll. Ich weiß gar nicht. Also, ihr habt... Feuerschwert. Also, ich habe bei mir aufgeräumt gerade. Also, ich habe so viele Waffen. Ich habe gerade verhölkert. Ich glaube, ich packe sogar noch welche da rein. Zumindest die, wo ich noch sowieso nicht nutzen kann. Warte. Die ist Level 19. Ich bin noch nicht Level 19. Ich glaube, die verkaufe ich ja auch. Die habe ich gefunden. Ich habe eigentlich so gute Waffen. Handt eigentlich. So! Äh, was ist denn das? In einem Lagerspind ist noch nicht beanspruchtes Eigentum. Ja, das kriegst du immer. Das ist das Ding. Ähm, das ist, äh... Ja, was du so liegen lassen hast. Ja, genau. Also, die weißen Sachen kannst du ja gleich recyceln. Dann hast du Schrott. Und die grünen Sachen kannst du verkaufen. Das stimmt. Ich habe da auch... Ich war da auch schon lange nicht mehr drin. Oh mein Gott, habe ich da viel Zeug liegen. Ich gehe mich mal wieder umziehen, ja. Oha, habe ich da viel Zeug liegen. Warum kann ich eigentlich nicht mal... Ich will mal Cowboy-Typ sein. Wann entsperre ich den? Doch scheiße. Ich will den Cowboy essen. Er steht, glaub, drauf. In Vorrat. Zack, 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 zack. Er steht nicht drauf. Er steht nicht drauf? Alter, es gibt jetzt richtig viel Kohle wieder, was ich alles verkaufen kann hier. Alles, was ich liegen lassen habe. Alter, ich finde einfach so kacke, dass man sein eigenes Inventar nicht vergrößern kann. Das ist echt Müll. Also bei Dead Islands war das so, das hast du dann über deine Upgrade-Punkte, kannst du das vergrößern. Oh, hier geht's nicht. Ach, scheiße, was ist das, glaub ich, oder? Die sind schon geil, aber... Obwohl, ja, viel zu viel Zeug einfach, ich weiß aber nicht. Die Katana, ich hab noch eine Machete, dann hab ich... ...keine Ahnung, was das ist. Ein Schwert. Noch ein Schwert. So, ja, auch noch. Scheiße drauf. Alles verkaufen, Junge, scheiße drauf. Viel zu viel Zeug. So. Moment. Also, meinetwegen können wir los. Ja, ich verkauf grad noch. Erstmal halbe Stunde verkaufen. Das hättest du auch ein bisschen einfacher machen können. Als Schrott markieren oder so. Oder alles im Safe verkaufen. Das ist alles so ein bisschen umständlich gemacht. Ja, rumheulen, so wie du immer. Ich hab noch nie rumgeheult. Nein. Nicht wegen dem Verkaufsystem. Das ist okay. Das dauert alles viel zu lange. Ach, und shit. Alter, es geht in anderen Spielen so enorm schnell. Diablo zum Beispiel. Gut, jetzt tust du wirklich... Äpfel mit Bierhilfe. Diamant mit... Achso. Silber vielleicht. Ja. Hi, Denise. So. Wir müssen da rein. Gehen wir mal da rein. Befrag Denise. Wer ist das mit Denise befragt? Wer ist denn Denise? Ach, die hier. Was los? Will Ruben be back soon? He fucking better be. Bob's taking way too long. Who's Bob? Janitor for this place. If you tried taking a shower, you'd know the water's out. Bob went to get it back on. I could take a look, while I'm waiting. Are my ears working? Did someone just offer to help out? That would be great. We won't last long without fresh water. Bob was headed for the janitor's office. Downstairs, behind the stores. Okay. I'll see what happens. Okay. Wir haben eine Schlüsselkarte. Ja. So, was nun? Keller. Such nach Bob, den Hausmeister. Sein Büro ist im Keller. Hi, Bob. Bob, der Hausmeister. Bob, der Hausmeister. Bob, der Hausmeister. Ja, wir, kein Herz. Der lebt bestimmt nicht mehr. Hi, Bob. Hallo, Bob. Guck mal, jetzt ist wieder alles hier so ein bisschen safey. Ah, schau. Ich hab voll viel Feuer. Viel zu viel Feuer. Was ich auch vorhin sagen wollte, ich spiele ein. Ich spiele wieder Feuer. Nein, ich spiele ja Hogwarts. Okay? Ja. Uffel, poof. Hogwarts hat eine schöne, hat eine richtig gute Grafik und so, okay? Ja, ist Unreal Engine 4, ja. Aber wenn die Charaktere miteinander reden, die Gesichtsanimationen, Alter, da denkst du, Alter, sag mal, haben die alle zu viel Botox hinterfressen und können nichts mehr bewegen oder wie? Und wenn du hier guckst, richtig cool, weißt du, du siehst ja richtig die Animationen, die Emotionen mehr oder weniger auch ein bisschen, weißt du? Hey. Ach, ja, ist das wieder schön hier. In der Mall, shoppen gehen, Zombies schnetzeln. Schön. Aua. Der Traum von jedem, oder? Ja. Er hat einfach den Kopf weggeboxt. So muss das sein. Alter, ich muss essen und essen und trinken und trinken, essen, 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 trinken, 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 essen. Zack. Die Fresse, demoliert, tot, dreckiger. Aua. Schon wieder. Los, tretet ihn zusammen. Ab ihn. Ab ihn los. Box ihn auf den Boden. Ach, da ist der Obst. Der Kopf fehlt. Ich habe ihn ihm auch abgeschnitten. Ah, hier. Zugangsfeld. Hallo. Was ist mit der? Bleib übersitzen. Alter. Hey, Dicke. Ich stelle nur vor sich. Hey, da ist ein One-Safe. Jep. Da ist Kohle drin. Oh, der Kohle. 944, um genau zu sein. 666. Ich glaube, umso später man rangeht, umso mehr kriegt man, ne? Hallo, wo ist Bob? 1280. Bob, wo bist du? Wir sind überfallen, passt auf. Leute, habt ihr gehört? Ja, ja, ja. Bob, der Baumeister. Dass man die nicht entschärfen kann. Doch, kann man, du musst. Ah! Und? Ich bin gerade durchgehoben. Ja, weil ich sie schon entschärft hatte. Das vergeht am Matsch, alter Dreckiger. Und wie König. Seht ihr jetzt eigentlich mein Licht? Nö. Nein. Das ist einfach traurig, aber egal. Also Bob ist in der Richtung. Bob ist in der Richtung, wo die... Ja. Meint ihr Bob lebt noch? Bob? Lebst du noch? Bob. Oh, oh, oh. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Doch, doch. Nachricht von Bob. Er hat gerade eine Party hier. Ja, eine Blutparty oder was? Es tropft. Alter, es tropft aus dem... Oh. Ja, da oben, da oben, Dokument. Ja, ich hab's gesehen. So, safe code. Ja, aus Meister-safe, hier. Mach auf. Ja, mein Schlüssel. Gab's auch Geld. Ja. 987. Ja, Master hat jetzt mehr wie ich. 979. Keine Ahnung mehr, wie viel ich hatte. Ich hab nicht mehr drauf geachtet. Hi, Bob. Da ist mein Stuhl kaputt, Mann. Bob. Bob ist bestimmt da oben drin. Also, geh mal nach. Bob? Findet den Kesselraum und du findest Bob. Okay. Ich glaub, hier unten. Was ist das denn? Igitt. Vorsicht, ihr. Ich hab doch keine Moon. Hä, warum denn? Ja, schmeiß doch deine Granaten. Die hast du unendlich. Ich hab, ich hab, äh, ja. Ein Ventilrad. Boba. Ja, wofür brauchen wir das? Ja, nimm das mal mit. Ja, fürs Ventil. Hier ist noch irgendwas. Okay, hier geht's zu tief. Oh, hier. Ich hab ne Sicherung. Ah. Hier ist noch ein Ventilrad. Ja, dann mach Ventilrad dran. Ja. Wir brauchen aber zwei. Ja, hier liegt noch eins. Da liegt noch eins. Ja, dann musst du hier das wegmachen. Ich wasch ja schon. Wasch die Säure weg. Sehr gut. Da hinten ist unsere Kiste. Nice. Was kommt da raus? Oha. Ich hab schon wieder einen Zweihänder bekommen. Aber dieses Mal Lilla. Boah, was bekomm ich raus? Döner, bestimmt. Döner. Schrauben gut. Wieder ein Loh, ah, wieder ein Loh, wieder ein Loh, ein Basebeschläger. Brechheißen. Ja, und? Ob's an Lilla. Kannst du verkaufen. Kannst du verkaufen, Junge. Gibt viel Kohle. Ja, 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 ja. Okay, wir müssen hier weiter, Leute. Ja, hier. Bob. Wo bist du, Bob? Bob. Wir haben hier Zombiebesuch. Ja. Take this, you bitches. Ich hab eine Granate geschmissen. Was soll es sein, Lasse? Ah. Ja, weil, wenn ich was explodieren, das wird immer rumgeschrien. Ja, aber es hat ja kein jetzt, so, es hat jetzt nichts, alles explodiert und in die Luft über alles Feuer und Rauch. Nämlich so ist es nämlich bei dir immer. Kommt der denn hin? Hey. Guck mal jetzt, wie der auseinanderfällt. Wie? Wie er sich totlacht. Hehehe. Bob. Keine Ahnung, wo Bob ist. Oh, hier geht's hoch. Hier geht's runter. Ja, du, hier. Ja, hier. In your face, motherfucker. Und was sagt er? Nichts mehr. Oh. Oh, Entschuldigung, ich hab die Tür aufgemacht. Ich hab gedacht, der braucht Hilfe. Ich hab gedacht, der braucht Hilfe. Oh, schnell wieder zurück. In den Kofferraum. Hab ich schon durchsucht. Kannst nicht mehr zumachen. Zocki, er hat echt super gedacht. Egal, lass die Zombies ein bisschen reinkommen. Den ist auch kalt. Wir müssen jetzt Bob suchen. Ja, wir müssen weiter runter. Hier ist lecker, lecker. Kann ein bisschen Geld raus. So könnte ich jetzt nicht bringen. Hier ist ja voll die Karambolage gewesen. Wer war das? Ich schmeiß Granaten. Was ist denn los mit dem? Darf ich mal Granaten schmeißen? Ja, oder was? Nein. Wie ist es mit der Haftbombe? Er hat es schon ausprobiert. Nee, muss ich noch fest. Warte, ich rüste sie kurz aus. Oha, der ist Level 18. Aua. Aua. Da ist ein Dicki. Ich muss löschen. Lasst mich durch, ich muss löschen. Au. Der will nicht gelöscht werden. Aua. Alter, kümmert uns durch. Ich meine, diese Scheiße. Rechse oder ähnlich. Achtung. Achtung. Alter, alles. Ja, Pistik. Ich brauche erst mal hier. Ich muss mal wieder heilen hier. Oh, wir C-Hente. Was heißt? Wow. Was? Halt die Schnauze da hinten. Ich komme. Da, 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 da. Und da. Tot. Wo ist sie hin? Scheiße, Riggis, die rennen weg von dir. Wo ist sie hin? Hier. Ach, da kommt der Pferd, ey. Aua. Ah, da kommt schon wieder einer raus. Oh. Ein rosener Streitkolben. Nett. Boah, das ist ja scheißvoller Sammiger. Warum beißt sie mich jetzt? Weil sie Hunger hat. Aua. Geh weg. Geh weg. Hässlicher Feuerwehrmann, Alter. So sieht's aus. Neufeiligkeit, Fertigkeit, oder? Ja, Schrei hab ich freigeschaltet. Ja, ich hab mal. Ah, okay, wir können jetzt schreien wie die Schreier. Wenn wir im, wenn wir im Raserei-Modus sind. Ah. Ich hab das Ankotzen, das ist besser. So wie die. Ja, das haben wir nicht. Ja, ich schon. Wenn ich immer Raserei... Alter. Basti. Was denn? Ich hab's gesehen einfach. Ich hab's wieder gesehen. Wie du das Haar... Wie du hier das... Das Rohr aufgemacht hast, das runterläuft. Ich hab mein Rohr aufgemacht. Ja, du hast dein Rohr aufgemacht. Ha, 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 ha. So lustig. So lustig. Du bist so lustig. Was war das? Nothing. Ah! Bloody hell. Das ist das Scheiß, Männer. Da öffnest du die Tür und der Drecksack kommt einfach raus. Das war Bob. Ach, das war Bob. Aua. Bob hat noch kurz gedacht, äh, schockt uns noch mal kurz. Das war Bob. Ja. Bob ist tot. Schaltet das Wasser ein. Okay. Hoppa. Bubble. Wind-up-duck. Bottle of Single-Mold. Morbis Single-Mold. Also, wieder zurück. Oh. Was? Ja, ja. Habt ihr den Bob gelootet? Hat der was dabei gehabt? Nicht. Mich hat er ein infizierten Fleisch gehabt. Nee, das hätte ich aufgehoben. Nee. Was fehlt dir immer? Metallteile, oder was? Ich bin schon wieder voll mit Metallteilen. Nee, Schrott. Normaler Schrott. 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 Also, ich kann keine Metallteile mehr mitnehmen. Ja, die kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ich werde jetzt auch so schnell nichts mehr upgraden. Doch, ich teste jetzt die Haftbombe. Oh, explodierer. Oh, ich habe das noch erwischt, der Drecksack. Masse, geh weg. Geh weg, Feuer. Oh, ich habe das noch nicht mehr. Oh, wir sind hier. Da. Hier liegt Schrott. Oh, oh. Ich habe so viel infizierten Fleisch, ich kann das aber nicht verbauen. Ja, weil dir halt auch noch die anderen Sachen fehlen. Ach, Sicherung. Okay. Toll, Alter. Okay, geh raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Oh, komm raus, komm raus. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Zombie-sicherer schlechter. Zombie-sicherer schlechter, schätze ich. Verziersschwert. Oh, das habe ich auch. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Kompost-Vorschlag. Nein, Komposit-Vorschlag haben wir. Kompost. 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 Digga. Kompost. Das Luke ist unter die Gärtner gegangen. Ja. So, wir müssen wieder nach oben, ha? Kompost. Kompost. Oh. Oh. Oh, komm. Oh. Wir bleiben stehen, ich boxe dich tot. Ich finde es ein bisschen an. Oh. Oh. Ein bisschen. Ich werde jetzt mal eine Zeit lang meine Waffen nicht upgraden. Gute Idee. Mal die Waffen nutzen, die man hat, und nicht dauernd neue Waffen upgraden. Upgrade, ne? Ist klar, dass ihr nichts mehr habt. This way. This way. Ähm, hallo? Hallo, warum ist da niemand? Hier war doch gerade jemand. Das gibt's doch nicht. Ist da jemand? Hallo? Ja, hier ist niemand. Ich klingel. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne einchecken. Was kann ich denn für... Sie wollen einchecken? Ja. Dann bitte die Ausweispapiere. Ach so, jetzt statt einer ist jetzt plötzlich zwei da. Ausweispapiere bitte. Ja, Moment, ich muss in meinen Koffer graben. Ähm, ich hab sie nicht dabei. Geht's auch ohne Ausweis? Geht's auch mit Führerschein? Warte, Moment. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Kann ich die ganze Zeit hier... Was? Kommen Sie mit. Was? Kommen Sie mit. Ja. Ja. Wünsch Ihnen einen schönen Tag. Frechheit, Junge. Frechheit. Sag mal mal, Denise, dass Bob tot ist. Bob ist tot. Bob hat einen Accident. Ich habe gedacht. Aber er hat das Wasser gelegt, bevor er irreversibel verabschiedet wurde. Oh ja? Das hilft. Ein viel. Du weißt, es gibt viele andere Leute, die missing. Ein ganzes Stück auf dem Notizbord. Ich wüsste, dass ich Zeit habe. Ruben ist zurück in seinem Office. Du wolltest ihn, oder? Schön. Danke, Denise. Danke, Denise. Danke, Denise.